Hey, herzlich willkommen zur Hörprobe, beziehungsweise zum kleinen Snippet zeigen. Kann man doch schon eher sagen von unserem neuen Album bis hierher. 29.09. Blenden euch das mal hier ein. Das ist die Schallplatte davon. Das ist die Vorderseite. Drehen wir um. Okay. Und die wird gerade noch gepresst, ist aber am 29.09., wenn das Album überall digital erhältlich ist, auf dem Markt. Ich halte auch hier das Merch hoch kurz. Das ist das T-Shirt. Und was heißt, erhältlich ist. Wir müssen mal gerade korrigieren, Bruder. Das ist die Kappe. Drei Songs sind doch überhaupt nicht auf dem Album. Die sind doch nur auf der Vinyl, die wir hier doch mal einblenden. Drei Songs. Sollen wir mal einen davon zeigen, die nur auf der Vinyl sind erstmal? Okay, komm. Lass direkt am Start. Wir haben nämlich so einen Song gemacht mit Bubi Luther Valley, Leute. 2000, wann war das? Kurz vor Corona. Wann war Corona? 2020? Ich glaube, den Track haben wir jetzt 2019. 2019 oder 2020 haben wir diesen Song aufgenommen, Leute. Ja, wir sind hier in einer heiligen Dropbox. Zeigen wir mal ein bisschen von deinem Part, oder? Ja. Der Beats von Trier. Esst den Cake wie ein Brautpaar. Kann den Bass nicht hören, mach mal bitte bisschen lauter. Du checkst deinen Kontostand, ich geh direkt auf Auszahlen. Mach ein Riesenchaos und du Opfer, machst es sauber. Ich lauf durch die Street, du schwarzen Reeboks, hol mir einen Pfirsich, Nektar und ein Feuerzeug am Kiosk. Draußen ist zu windig, drehe ein Faddy in der Küche. Will in deinen Ekelbügel nicht mal rauchen, wenn ich müsste. Mehr Joints im Raum als Personen öffnet dir genervt die Tür und deine Freundin wartet oben. Später nen Termin, doch der wird wie gewohnt verschoben. Ja, ich lieg den lieben langen Tag im Bett und nehme Drogen. Ich zeige noch ein bisschen vom Bubi-Bad. Okay, 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 okay. Was war das für ein Einstieg, Leute, Alter, das ist der erste Track, den gibt es nur auf dieser Vinyl hier. The Valley, wirklich ein OG, Florida Ganggo. Und ja, man, das ist einer von den drei Songs, die nur auf die Deluxe-Version kommen, auf der Vinyl vorerst. Wir überlegen uns, ob wir die irgendwann digital droppen. Mal sehen. Erst letztes Mal, es produziert von Snice, sehr geile Platte, die wir da gesampelt haben. Aber wir sagen nicht, woher das ist. Und ja, man, das ist unser, ich glaube, jeder Song ist eigentlich so ein Fame-Song. Aber der Beat und alles braucht Shepard schon mal rein. Ich liebe die Ruck. Eine verbeulte Karosserie bringt mich heute Nacht an mein Ziel. Sammel dich ein, ist kein Big Deal. Sitzt auf der Rückbank, rauchst sehr viel. Mach ne Hotbox, will ich erfrieren. Ich halt mal aus, wir fahren sehr schnell. Red nicht GTA, wenn ich meine fünf Stelle in einem Main. Ich red von unserem Hotel. Hey, 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 yeah. Harge, Bunker, Tasche, ich fahr mit dem Lift nach oben. Flaschen sind kein Pfeil, doch fliegen hier im hohen Bogen. Maßlos auf der Hand, hatte dazu immer Drang. Mich jucken keine Auszahlungen, ich steh die ganze Bank. Cherry Cherry Lady fragt, ob ich heut mit ihr tanze. Angekommen mit Kneipe, ich hol erst mal einen Kranz. Mach kein Nöhnchen, zeig uns erst mal, was du kannst. Zwei Sekunden, Bier ist weg, ja genau wie mein Verstand. Ich weiß noch das allererste Mal. Saufen und dann kotzen in den Ball. Ein geschlafen, um zu weit gefahren. Jedes Mal geschworen, es war das letzte Mal. Und ich weiß noch das allererste Mal. Saufen und dann kotzen in der Ball. Wer kennt es mich? Wer kennt es mich, Mann? Den Part von Gadi könnt ihr auf unserem Album hören. Hey, ich sag ehrlich, ganz kurze Anekdote dazu. Ich hab noch nie in eine Bahn gekotzt. Diese Lyrics kommen von dem Bruder. Ich hab noch nie in eine Bahn gekotzt. Und jetzt ist das früher schon öfters passiert. Und ich sag ja. Oder allen meinen Freunden ist das passiert. Ich bin der Einzige, der es nicht gemacht hat. Schau doch an mich. Aber als ich mir das letzte Mal geschworen hab, es war das allerletzte Mal, war es das auch. Mal sehen, wie lange es so bleibt. Den Part von Gadi hört ihr auf unserem Album, Leute. Es ist zu krass mit diesem Break, wie du da reinkommst. Es war ja sehr hart am Anfang. Ich küsse da nach. Schau doch auch nochmal an Snice. Er hat alle Trinken mitproduziert. Erste, letzte Mal produziert. Er hat Selbe Ecken produziert. Die erste Single, die wir von unserem Album gedroppt haben. Die kennt ihr aber schon. Wir haben auch jetzt schon voll auf die Vinyl gezeigt. Also ihr werdet es hier schon gesehen haben, wie oft Snice am Start ist. Philippinen hat der Bruder produziert. Du hast doch dann Philippinen direkt anhören, oder? Philippinen von Snice noch. Wir drehen euch hier ein bisschen auf. Die erste Line kommt deep. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Nur weil du ein Niemand bist, heißt nicht, dass ich dir trau. Niemand. KDK, wir Massen schlau. Ich bin alleine, doch fühl mich nicht einsam. Denk an die Bühne, die Massen begeistern. Denk an gestern, wir stellten viel Scheiß an. Heute stellen sie sich für unseren Scheiß an. Ab und zu Down, Konsum ist wie treibsam. Fände sie kurz dabei, war die Zeit lang. Sie will einen drehen, ich habe kein Einwand. Kölle, die Stadt, zu Hause das Rheinland. Je, Brudi, Bomb, Train. Ich finde das pretty. Tablette im Becher macht Trippy. Willst wissen, doch ich bin nicht Willi. Designer zu Hause, kein Billy. Regal, egal, illegal. Ich habe es trotzdem dabei. Vergesse die Zeit und ich verfolge meinen Plan. Noch Paar zu sparen. Danach kauf ich ein Haus und ich mache einen drauf. Und ich, und ob du es glaubst oder nicht, wird anzukannst so viel gekifft. Das ist erstmal nirgendwo etwas gibt. Die Hook ist zu krass, ich will die nicht zeigen. Die Hook können wir eigentlich noch nicht zeigen, weil wo wollen wir ein Haus, Leute? Schreibt es in die Kommentare, was glaubt ihr? Wo soll unser Haus sein? Okay, nächster Track. Okay, warte. Ich finde unser Intro krass, Heimspiel. Sollen wir den schon teasen? Warum nicht? Warum nicht, Leute? Kommt in zehn Tagen ungefähr raus. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, beteilte dich, Leute. Okay, wir wollen jetzt rappen. Sie sagen, bitte, bitte, bitte und ich's bitte für harsch, dass ich auf Süß, damit mein Brudi Gardi auf der Stage puff. Kiefer, Kaspar, zappet mies von Seite, fragt mich nach Nass. Der Pisser bekommt gar nichts, weil ich hab schon alles vernascht. Meine Stimmung ist nervös, weil mein Bank ist adipös. Ich schieb kein Hass, bin von der Szene losgelöst. Doch triffst du uns und laberst Kappes, glaub mir, endet skandalös. Ja, FTP, auf der Jacke, das Emblem streit ich an. So wie der Sticker auf den Platten, ich hab davon tausend Gramm. Kölnchen Jungs, jeder tut das, was er kann. Bedeutet, schlaps auf Gardi und auf meinen Nacken einen Kranz. Ja, auf dem Weg, aber kein Ziel. KDK für uns ist jedes Konzertheimspiel. Köln am Rhein, Westside, ja ich bleib hier. Wir sind Idole, doch nehmt euch an uns kein Beispiel. Auf dem Weg, aber kein Ziel. KDK für uns ist jedes Konzertheimspiel. Köln am Rhein, Westside, ja ich bleib hier. Wir sind Idole, doch nehmt euch an uns kein Beispiel. Gardi, ey. Ich komm auf die Stage und deine Freundin macht Schluss. Ich halt ein Westside und ein 3x9 in die Luft. Tritt man nicht auf meine Schuhe, die sind teuer, du Schmutz. Oder drehen Dinger keine Welt. Wow, es reicht, Leute. Das ist der erste Song von unserem Album. Kato. Das ist hier von Kato, der Beat. Kato macht ja auch nochmal krasse Beats, Alter, wusste ich gar nicht. Wow. Lass auch noch einen hören, oder? Von Kato produziert? Boah, ja, Mann. Weil wir haben ihn keine Zeit genannt und dann haben wir so eine Woche, bevor wir das Album abgegeben haben, gemerkt, ey, wir haben schon einen Song, der keine Zeit heißt. Das können wir nicht nochmal machen. So, man, da waren wir ganz... Wir hätten schon machen können, ne? Wir können alles machen. Aber, ja, ohne. So haben wir der Kreativität keine Grenzen gesetzt und haben ihn No-Time genannt. Fast auf. Viel Spaß mit dem Song. No-Time, produziert von Kato. Bis hierher am 9.20 Uhr, erneuter. Let's go. Gebt euch nicht die Hand, ja, ich halt den Kreis klein. Wie viel Gewicht misst ein Wort auf der Waage? Nur paar Gramm. Weißt du, Pinocchio hättest du ne lange Nase? Ich verkrampf an den Gedanken daran, dass ich dich markant. Behandelt wie ein Bruder, dabei sind wir nicht einmal verband. Low-key war ich einfach nur zu dumm und naiv. Als ich nach allem, was passiert ist, noch trotzdem zu dir hielt. Aber okay, heute hab ich draus gelernt. Man kann auf Celic sagen, ja, das war's Werten. Mehr zeigen wir euch von dem Song. Was gibt's denn von Shirama oder so? Zum Beispiel A und Wiesoda von Shirama, Feed Louvre. Komm. Ist auch auf der Deluxe. Aber ey, Mann, zeigen wir euch doch safe. Wir zeigen nur ein bisschen, aber... Ein paar Backgrounds zu diesem Track, der ist entstanden im Winter, als wir hier mit Louvre Session gemacht haben. Genau hier. Genau hier, wo wir jetzt sitzen, haben wir sechs Songs, glaub ich, gemacht in drei Tagen oder zwei. Und der ist es dann letzten Endes geworden für uns. Den haben wir alle am allermeisten gefeiert und wir hoffen, der gefällt euch auch. Viel Spaß und A und Wiesoda, Alter. Ich glaub, das war auch mit mein Lieblings-Track. Schaut uns gehen raus an Lupe. Schaut uns gehen raus an Shirama. In Köln bis Berlin. Ich will ne Perle, die mir niederländisch beibringt. Mama macht sich Sorgen, weil ich wieder viel zu breit bin. Herz rast, weil ich direkt aus der Pine trink. Ich bin nur zufrieden, wenn in meinem Becher Eis schwimmt. Finger sind am Kleben von dem A und Wiesoda. 20.000 sind in meiner Lunge, ich bin Koma. 20.000 weg, aber ich hole sie zurück. KDK, wir kommen unerwartet, so wie ne Rabona. Ich bringe es aus Gold, genauso wie die Chance. Junge, ich schwöre, hätte ich jetzt nur das gehört, ich würd mir denken, red nicht mit mir, Junge, ich hab keine Face. Also nochmal liebe Grüße nach Berlin von Köln, Berlinmann, Shirama und Lupe. Schaut uns dann an alle Leute, die die Vinyl schon bestellt haben, die wir jetzt schon diverse Male hier eingeblendet haben. Hier ist sie. Das ist die Vinyl. Unnormal groß, all of a sudden. Schaut uns dann an alle, die jetzt in die Kommentare gehen. Jetzt unnormal kleine Vinyl. In die Beschreibung jetzt gehen und unnormal kleine Vinyl bestellen. Aber die ist nicht in echt so klein. Die ist eigentlich so, du entscheidest. Kein Student, produziert. So viele sollten wir auch gar nicht mehr zeigen, Alter. So langsam reicht es. Sollte jetzt der vorletzte vielleicht sein. Noch einen, wo ich anfange, einen, wo du anfängst. Ganz kurz, da muss man dazu sagen. Produziert von Waterbautas. Grüße gehen raus nach Hamburg. Ist so. Immer noch Hasch in meinem Blatt. Raupen immer satt. Bin wieder brach. Hole sie ab. Immer noch klein bin ich in den Club. Bin an der Theke, dass kein Apel, trink Schnaps. Wenn du das alles auch kannst, wieso hast du nicht vor uns gemacht? Aber Kadabra und sind Salabin. Die Mische ist voll und die Pille ist schon drin. Bin mit meinen Brüdern, ich ziehe wie der Wind. Stoßen an und das schmeckt, als macht es bünd. Einfach das Jön. Day thinking und mir geht es gut. Eintragsgrad, alle Freunde sind da. Ey, nehmen noch einen tiefen Zug. Nehmen noch einen tiefen Zug. Und wir tun, was wir wollen. Yeah, 29. bis hierher, Leute. Bestellt die Scheiße vor jetzt, Mann. Wie jetzt? Zeigen wir jetzt nicht nochmal. Ihr wisst. So, Leute, zu dem nächsten Track. Man, ihr meint, könnt ihr euch auch ein kleines, animiertes Video reinziehen. Was heißt klein, eigentlich sehr riesig, sehr, sehr, sehr krass gemacht. Von unserem Homie Surrender, dem Raben damals von so einem Projekt. Könnt ihr euch auch mal auf YouTube reinziehen. Vielleicht kommt zu dem ein oder anderen Song, den ihr jetzt gehört habt, oder vielleicht jetzt auch noch hören werdet, noch ein Musikvideo. Welchen Track meint der denn du, Alter? Das Video hat doch wirklich Bock gemacht. Ciao, Leute, an dich, Bruder. Geld in meinem Kopf, Geld in meinem Kopf. Geld in meinem Kopf, Geld in meinem Kopf. Ich sitz auf dem Beifahrer, sitz in einer sportlichen Karre. Arm aus dem Fenster und das Ort in der Tasche. Hol das Feuerzeug raus und ich popp mir ein Kaffee. Mein Kopf ist am grünen Sonne, boxt auf die Glatze. Oder ich will nur ne Villa und für immer weiße Asche. Und ein Pool in meinem Haus und auf dem Dach eine Terrasse. Eine wunderschöne Frau, sie gießt mir Kaffee in die Tasse. Bullen wollen, dass ich rede, doch ich halte meine Klappe. Baby ist auf meinem Schoß wie ne akustische Gitarre. Bro, du zeigst mir deine Mucke, aber die ist leider kacke. Auf der Haut ist Schweiß und auf dem Kopf heran ist Triple Six. Du sagst, du bist Ticker, doch du weißt nicht, was ne Kiste ist. Ein Bruder hat ein Messer und ein anderer ein Blüster mit. Ich bin kein Ganova, nur ein Junge aus der Mittelschicht. Kopfnick, Beat, scheppert wie ein Rippentritt. Deine Crew blickt nicht zum Lachen, so als wär ich Kitzel nicht. Money on my mind. So geht es alle näher auf der West Side. Money on my mind. Geld in meinem Kopf, Geld in meinem Kopf. Ein ganz normaler Tag auf der West Side. Money on my mind. Produziert von Snipes, Mann. Wunderschöne Hook von dir, Brudi. Sehr geil. Bei diesem geilen Wetter, das wir dieses Jahr hatten, waren das natürlich die Vibes, die wir hier auf der West Side celebrieren konnten und durften, Leute. Und genauso hoffen wir, dass wir mit euch dann zusammen am 29. das Album feiern können. Bis hierher, 29. Check das jetzt ab. Shoutout an alle Produzenten, alle Leute, die mitgewirkt haben. Check unsere Musikvideos. Ist so. Und bleib stabil. Kinder der Küste, Familie. Bis hierher.